Wie wär's, wenn wir heute einem Kunden einen Wunsch erfüllen? Weißt du, wenn wir was brauchen? Ja, klar! Katrin Habermann aus Soltau wünscht sich den 4 in 1 Officejet-Drucker von Herr P. Für die 149 Euro. Ja, außer für Katrin. Die bekommt ihn von uns geschenkt. Schönes Fest. Mit den besten Empfehlungen.